Moin Moin ihr geilen Stich hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Worms WM Double D heute mit naja fünf Leuten also wir spielen halt Worms ich hatte mal gesagt so ey lasst doch mal wieder mit fünf Leuten spielen und wir geben die Steuerung was heißt denn nochmal WMD wir machen Dich Dinge Dinger Alter wie habe ich denn deutsche mein Team heißt Deutsche Macht ja deswegen hast du oh was oh lol Alter wo geht das denn und ich habe ach so ich habe Angela Merkel drin Lucia Petri das war noch hier die Frauke Petri ja man ja was noch Siggi Gabriel am Start und Wolle Schäuble Junge okay habe ich die Crème de la Crème der Politik am Start oh was ist das denn ist das ein Geschütz nicht den Hausmeister er wird sich rächen oh trifft der Bein Alter das war ein Anschlag auf Angela Merkel ich habe keinen getroffen aber die Linie ging auch durch sogar alle drei durch ja aber vielleicht musst du halt stoppen an der Linie keine Ahnung so was haben wir denn hier für Waffen wir lernen das Spiel alle gemeinsam neu oh hey JD was geht nee JD nicht den Ripp machen oh guck mal hier haben wir den Baseballschläger von Anfang an das ist natürlich auch praktisch aber das ist ja voll unfair aber vielleicht reicht mir auch eine Flammenfaust ich weiß nur nicht ob es reicht ja bestimmt lol die geht nach rechts ahaha rache wird mein sein auf tnt direkt von anfang an also wir haben glaube ich schon direkt den baseball schläger welcher zu gesehen haben habe ich gerade ja das ist wirklich ja ich habe gar nicht zugehört womit springt man denn aber probleme problematisch hier das ist das ist ja das ist mir das ist richtig was mache ich denn jetzt hier das ist ein fliegender luftballons fliegen alle aber er geht erst mal rechts und dann portiert er sich nach links es sind nur die luftballons prox oder was ist denn die war zu groß deswegen konntest du da nicht gut laufen so lass mal die action helden hier oder hast du ja direkt schon das das fahrzeug dafür ja moment ich muss aber trotzdem gerade noch was war die einsteigertaste ist die frage das steht daran ist das dieser super satellit der ist auch krass ich bin der terminator aber war doch der arme sie aber wochenende noch den trailer gesehen von hier kommt neuer endlich rambo last blatt so des mittlerweile 78 jahre alter mann aber aber er spielt noch die hauptfigur da gibt es endlich eine ablösung für ihn ich will eine neue rambo wir sollen eine neue rambo werden ja keine ahnung wir haben es auch gemacht mit kreed oder jetzt heißt ja hier die aus rambo 2 die könnte übernehmen das war nicht gut warum der steht weil ich ja nicht so gut stehe da muss ja erstmal hochkommen sein rollstuhl auf andere ebene hochzufahren hochzufliegen hat dann weil er sich zu einem wurm geändert hat er ist jetzt dran ich bin dran ja aber welche ganz links ganz links blaue frisur rüchte falschen zu also noch weiter links jaja übersept ja die hat richtig power belastend das ist auch belastend für Fickface ich dachte kurz ich könnte es noch benutzen aber krasser typ weil ich dachte türk könnte er so basketball spielen ja das kann er auch beides das stimmt was ist davon überhaupt vorne alles ich mache mir mal den weg frei das ist 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 nicht so ich passt die kleine wurst schade schade schalockulade schalockulade ach komm die muschi von der uschi schlingt ja so nach fischi nach bahnhofsklo bahnhofsklo schmeiß einfach eine granate da runter dann explodieren die zwei fahrzeuge und die leute ich kann ja von der mine da hinlegen da könntest du auch einfach sepp kaputt machen das finde ich auch eine gute sache guck mal wer noch danst und weg ist er dance to the music you better not to ruin my shoes dance to the music dance auha weil ich da eben eingesammelt hab ich seh doch nicht mal wo das ist oh je das wird jetzt eskalieren ach man konnte ja noch was bauen stimmt oh was da musst du gedrückt halten oder ja das ja das war's das war's das ist richtig das muss man ja ah nee ich dachte man könnte Bomben werfen oder so da fällt ja da runter ja bram ey das war ein freundlicher akt der nächstenliebe ja was machst du denn da jetzt das ding da hinlegen musste man nicht gab es nicht gegen fahrzeuge die sich nicht oh bram junge das ist gefährlich nooo oh was und wolle ist wieder auf den boden der tatsachen zurückgekommen wolle ist ganz schön hart aufgeschlagen gab es für diese fahrzeuge nicht diese elektrogranaten diese dieser handy akku damit die alle so 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 das britzelt doch alles weg ja genau aber dafür habe ich keinen bananenbomben sahen leider kommst du kommst du kommst du kommst du leckerer wurmschleck ich weiß nicht mehr was das ist müssen wir auch so ein leckerer wurmschleck so ich bin da dann schaffe ich das wahrscheinlich nicht mehr bis zu dem ding ja komm dann nehmen wir einfach lucia petri hier lucia 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 bam oh die fliegen ohne winz richtig weit einfach nur gut dass rechts und links da so ein so ein türm schön ist jo was mach ich denn hier äh naja man musste sich ja so bewegen und so okay ich hab was gefertigt nein ach uschi landet ja jetzt bist du gut da drauf ja lange ich wieder nach der springtaste gesucht hab ey das gibt's doch nicht was steht denn da links für ein komisches geschütz können wir damit ausschießen wie lange haben wir eingestellt geht die ja reicht ja dann mein ich auch ne da pass ich auch nicht durch mhm get to the chopper kannst doch mega krass springen oder mhm kann doch mega hart zuschlagen alter warum denn alle schlagen sie die arme frau petri wie womit könnte das wohl zusammenhängen das ist ne frau petri deswegen genau so ähnlich hat jemand gesagt du kannst ihn ja da raus holen ne ja oi 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 das ist der revanche auf die frauke oh gott oh scheiße oh leute das geht doch in die eine richtung oh nice oh man ja gut frau petri ist wohl nicht das Max Schlägt sich sogar selber an Boah, das ist aber niedlich Ruhe in Frieden, Frau Petry Das ist doch jetzt scheiße gelaufen, Mann Ich habe einfach die ganze Zeit drauf gehofft, dass er das wirklich vergessen hat Ich wusste nicht, dass sie halt bei dem anderen Wurm dreht sich das Ding da auf Bei dem anderen macht das sogar noch ein Geräusch Bei dem hier jetzt irgendwie nicht Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Das ist das, was ich wollte Das ist das, was ich wollte Frau Bram möchte nach oben Oh, was? Ja, das geht bei dem Ding halt besser Okay, das ist stark Wirst du da wirklich rum? Nein, keine Zeit mehr Oh Da hat sich auch ein Sentry gebaut Das ist auch nicht Das wäre krass, wenn ich jetzt auf alles schießen würde Da unten Ja, bewegt dich mal Da unten, da wird dir davon nichts getroffen Nein, glaube ich auch Das ist ja zu krass Ich könnte sogar theoretisch mehr den Wagen nehmen Ich habe ja kurz geguckt Aber die macht extrem damage an dem Wagen Die macht an allem extrem damage Oh nee, Peter So reicht ja schon Reichen nicht, aber er ist schon stark So reicht ja schon Alter, alle auf die Wolle Wegbewegen, mein ich Ach schon Ja, ich stehe zu zweit aufeinander Das muss ja halt so sein Ich glaube, Wolle geht danach in Rösen Kann er mal auf Christian oder Pedagy? Spielt seine Rolle schon ziemlich gut Die Deutschen sind nur am Jammern Hey, eigentlich jammern die gar nicht so viel Ich fürchte, ich bin jetzt eigentlich mit Harrison dran Oh, Peter Jetzt versuchen wir das nochmal Next try, einen da wegzu Jetzt versuchen wir das nochmal Aber easy Easy, ciao Fantasimo Voll die geilen Rhymes am still Ja Yo, yo, yo Oh, oh Okay Ich bin nochmal warten, was das Ding unten ist Das geht alles von der Der geht nicht von der Zeit ab Jetzt ist auch noch Harrison dran So ein Mist The Ford Okay Was ist das denn? Keine Ahnung Eine Schafkanone Ich glaube Schaf am Seil, oder? Oh, Schaf am Seil Oh mein Gott Da waren Ingredienzen drin Was ist das denn? Ich weiß es nicht Wir werden es herausfinden Oh, what? Was hat er hat? Nein Es war ein Schafraketenwerfer Das war ein Schafwerfer Der schießt nur ein Schaf Ich dachte, der schießt wenigstens mehrere Oh mein Gott Das war gar nicht so stark Was ist denn der Schafwerfer? Wo kann man den denn bauen? Wahrscheinlich die Raketenwerfer upgraden Ja Aber die Dinge, die ich gerade bekommen habe Die waren gar nicht mal so schlecht Ich bin dran, oh fuck Bist du im Fertigungs-Vinu gewesen? Nein Wie kommst du denn auf die Nies? Oh, das ist zu viel Oh, oh Er ist top Aber er wird sich nicht wegbeweht Das Fick-Gesicht Ja Na, wie nennst du mich? Hätte du gehofft, dass man den vielleicht runter schlagen kann da Call my name Ja Fick das Eisenberg? Okay, das geht, oder? Ja Oh Hoihoihoi Da gab's nicht mal schaden für Heller Mit Action, Junge Also die Zeit geht viel zu schnell um Andere Richtung Geht das? Mal gucken, mal gucken Ja, aber auf der anderen Seite komme ich da nicht dran Ja, aber du schlägst ihn in die, in die, äh, in die Dings, ne? Oh, was? Schieß! Schieß doch! Das schießt nicht Krass Okay, dann hat er doch noch nicht so eine krasse Reichweite Ich glaub, das hat er einfach nicht als Bewegung wahrgenommen, oder? Oder nicht in der Reichweite Hm Noch 20 Sekunden, Leute Dann geht die Pau aber nicht schreit Also haben wir ganz schön viele Blaue da unten am Boden, ne? Hm Oh oh Ganz auch doppelt, äh, Enter drücken, dann springt der doppelt so schluss hoch Ja, ich will aber was ausprobieren, weil ich hab mir was gebaut Das ist immer noch nicht Ja, bau dir mal was Die Schergen, die machst du aus der Oma Warte, ist das? Oh, what? Oh, die, das ist, da kommen mehrere raus Ja, die ballern dir jetzt so richtig auf die Fresse Aber die machen nichts Aber die machen nichts Nee Die machen nichts Jawohl Doch, die schlagen unten rum Ja, guck mal, die wissen nämlich, wer ich bin Und die greifen mich gar nicht an, weil das geile Ja, aber die explodieren Könnt ihr da unten hingehen vielleicht, ihr Spackhoes? Nee, die springen da immer drüber Oh nein, Anna ist wieder da Ja, ich glaub, Wolle ist tot Und was? Haha, die war ja voll scheiße Die war nicht so optimal Alter, ich hab da für meine Oma investiert und noch ganz viele andere Sachen Da hab ich halt aber schon mehr erwartet Da hab ich mir die Oma investiert, ey Weil ich will aber eng mit dem Panzer, äh, Sepp Nee, alles gut Du warst so eine Sorte, ist schon eng Ja, genau Okay Äh, das war jetzt immer noch kein Durchgang Ich glaub, wenn du anfängst zu schießen Dann musst du, dann musst du, dann musst du dir, aber der wird doch jetzt sterben Geht da unter Ich steige das Wasser hoch Weil das Wasser hoch geht Meinst du? Ja, aber ist doch schon recht Also, guck mal, der ist, der ist höher als, ich weiß nicht, 70% aller anderen Würmer Ja, würde ich jetzt auch sagen So, was machen wir denn jetzt, Arnold? Hm 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 Das ist alles nicht so geil Hm, hm, hm Erstmal weg Hm, 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 hm Hm, hm Weiß ist gut, rot eher nicht, ne? Hm Wahrscheinlich Mal daten nochmal Ja, ich hätte gesagt, rot ist gut, weiß ist eher nicht gut Ah, natürlich Natürlich Also, rot geht, weiß nicht Oh, da will jemand seine Position halten Einfach eine Bunkerbombe da Auf die 19 und die 5 Er möchte nicht fliegen Oh, oh Uh, oh Hoi Hoi Schöne wieder nach unten Oha Ach, Alter Die sind Demmel Ne, übernächste Runde werden sehr viele Leute sterben Yep Und Wolle kann gerne sterben Das ist okay das hat immer noch nicht schießt das schießt nicht nach unten das ist aber ein guter Klettermann was hast du denn da jetzt oh Luftschlag was ist das denn jetzt das ist die Bunkerbombe oder wo kommt die denn jetzt runter das ist die W1 Rakete das ist die W1 Rakete die kommen nächste Runde ja die kommen jetzt nächste Runde ja und wohin da wo Bram hingeschickt hat oder was ich hoffe einfach mal wo hast du den hingeschickt das hast du bestimmt einfach in die Idee von Bram gehen da ist dann safe also wo ist der Teleporter unten links unten links am Bildschirm unten Mitte so es ist das jetzt blau bei dir ach für die blaue Spielers oh nein Wolle fünf Schaden war schön mit dir da einige die da in der Brille stehen jep mein Team ist äh ja oh ich darf sogar nochmal oh ich will look an ja ähm Alter wie ist denn die Maus Sends so krass langsam beim Teleporten weil du auch ganz detailliert klicken kannst wo du hin kann willst jetzt auf den rechten oder den linken Tower das ist jetzt hier die Frage ich glaube ich gehe ich gehe einfach in eine andere Etage ich rüte mich da rein einfach voll der Ghetto Tower voll die Rodungen alle aber die Angie steht da noch so weit unten so angenehm so wie weit geht das jetzt schon weit oh oh die Zeit oh Gott ach du scheiße boah da musst du jetzt aber Land gewinnen nein wieso fliegt er denn nach rechts wenn er fast rechts von ihm explodiert ach komisch oh oh krass du Ficker oh what was hab ich dir denn was hat der dir getan du Arsch der hat das richtig kassiert mal gucken wie viel der stark gemacht das ist eine wichtige Frage hier oben ist alles kaputt oh Leute du hast bald Penthouse schwerer wuchte Leben what the fuck so wenig das hat nur 35 Damage gemacht das ist ja angenehm dafür musst du eine ganze Runde warten ja nicht mehr da kannst du lieber beide Runden nutzen naja das ist schon ok das ist auch teuer im Bau halt vor 1 Rakete ist schon krass ja damit verabschiede ich mich von dieser Welt und jetzt kannst du auch oben einziehen ja stimmt naaa oben ist frei geworden aber da bin ich halt das Opfer ja ok das bist du ja eh Angela Merkel ist doch nicht ein Opfer na Angie Merkel aber Angela oh damit ist Christian vom Tisch bitte ja die große Kampf um die Higher Grounds so das funktioniert doch hier oder Abram easy oh ja der Meister des Seils aber in einem anderen Worms Game Alter ja come on then ich hab schon bitte ein Lucky Dreh gut dann nicht da kannst du eher mit dem Weg versuchen zu arbeiten wahrscheinlich oh was schau da alter nice oh ne na was passiert da jetzt wird der weggeschleudert wahrscheinlich nicht weit genug ein Stück aber aber nicht stark genug Alter 1,60 ja wer weiß hier fliegen die Leute echt bald na das macht 1,60 wie weißt du ne V1 für die da alles investieren muss in dem Spiel oh mein Gott ist das alles eng oh kacke yep ok bin ich schneller das war leider nix ich glaube nicht wie so eine Fliege in der Luft wie so eine Fliege in der Luft da kam weggeballert okay oh shit das war leider nix oh geil das war lustig so wie komm ich denn hier raus der hat mit dem Panzer einfach von hinten abschießen ne 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 hier machen wir mal ganz easy game abgang schon nicht schlecht an beiden hohen Stellen oder bei den Türmen einen Film zu haben Christian hatte doch noch irgendwas krasses gezogen oder vielleicht kommt das ja noch ja genau nächste Runde spieh ich das ja komm Christian hau raus was oh komm schon die Bunkerbombe ich hätte die starten müssen du kannst sie ja zünden wenn du nochmal drückst ja ich kann sie ja zünden nicht dass sie explodiert dann halt einfach beim ah das war dumm vor allem direkt daneben gefallen nein ja das war ja Absicht achso die sollte nicht direkt treffen ja die sollte mich halt runterschleudern ja ey könnt ihr mal aufhören jetzt den meinen Wurms zu fokus ja Bram macht das schon Autsch 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 weiß ich noch nicht so ganz cooles Auto haben genau das Auto machen wir mal einfach da hin oha ja aber ich hab das Ding gebaut dann will ich das auch benutzen das ist nur einfaches das jetzt ist das halt so der Trick wo wird das nächste vor Runde runter kommen das gefällt mir nicht entweder hast du nicht mitbekommen oder Entweder hast du nicht mitbekommen vielleicht baut er noch ich glaub auch wer hat an der Uhr gedreht Sepp was machst du das? ist es wirklich schon so viel Alter das war meiner Sepp da war ne gute Runde Sepp und ich dachte Jill wär dran das war ne gute Runde Klassischer Sepp muss man aber so ich war grad noch so achja baust du die Hole jetzt auseinander naja gönn dir mal ach Mensch muss ja auch nicht immer Action sein scheiße und ich war noch grad am Rechnen was ich alles brauche um das Ding zu bauen hier der Lötkolben hält aber ganz schön langer in dem Ding ja muss ja mal das soll ein bisschen höher gehen wenn nicht der Erste wenn keiner da oben hin will ich hab da so ne Batterie gehabt wenn man die jetzt auf das Auto schmeißt kriegst du dann Damage das ist dann denn schon wieder für die Scheiße weiß ich nicht ne krasse Granate weiß ich nicht ja was ist das denn ja komm was macht das und jetzt kommt das Ding runter so ja nach links ist niemand hingegangen ich dachte jemand geht nach links hast du da einen Magneten hingeset ne der stößt doch weg oder ich weiß ich weiß noch nicht so genau was das ist Alter Bram hat seinen 121er geopfert was Peter geh raus und wirf sie einfach ja ne nicht nach links du musst schon mal rechts werfen du hast 2 Sekunden für die Mine Zeit ach komm Quatsch du kannst doch da raus werfen ey wieso kann ich nicht höher ah doch kannst du die Zeit eingeben naja hat er oh 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 hat wieder nur Sepp getroffen hehehehe 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 ne 11 Schaden 38 Damage oh mein Gott schon krass wenn du mit die Stickenflammen zu bist schon ganz schön sick so jetzt müsste ich aber auch langsam mal was machen ne ach Sepp hehehehe lass dir alle Zeit der Welt Oben auf den Nippel hä hä wieso kostet man nicht mehr ah nein ich hab mir den Pfeiltasten gedrückt alles klar ist das nicht richtig ne du musst mit BASD auch fliegen wenn du damit laufst ich glaub ich hab das umgestellt bei mir ist das alles Pfeiltasten ja ich springe auch aufs Shift das hat wohl irgendwann mal gestört genau werdet da das sieht nicht gut aus ooooooooooo das war brav scheiße ey man auch dieses weh als so mäusekacken ey okay okay keine Ahnung was ist das jetzt hier gerade ja ich bin gleich tot was mach ich denn jetzt hier mit denen ach komm ich weiß doch immer noch nicht warum die da hingeworfen wird was macht er denn jetzt was ist denn jetzt das ist ne Lenkrakete ja oder ne Special Lenkrakete ah ja die abgegradete oh what OH GOTT yo die war ja scheiße ah wegen der Magneten ja wegen der Magneten ist die nach oben gegangen ja ist die so übelst weggeflogen ey warte ich war ja eigentlich alles den Magneten Moment du hast ja ein Magnet dahin gesetzt das ist aber lieb von dir Bram ey probier mal was aus mich Tristan nicht weg mich Tristan � дух mich Tristan nicht weg mich Tristan nicht weg mich Tristan хr you Fickern Enter entsteht ja weisơn dich peter hat die Steuerung umgestellt ne du kannst ein Bazooka benutzen von da auf shifth enter hat man halt Oh gott gett rett Garneikreaktion Shit oh�� o 것도 schaff schaff Ja, der Magnet ist natürlich geil. Ich bin immer noch ein Gamechanger, obwohl ich tot bin. Naja, schon ganz dringend geil. Ich glaube, jetzt ist er aber weg. Nein, egal. Nee, nicht wirklich, oder? Ich glaube, der ist ausgegangen zumindest. Oh nein, was ist das denn für ein Hurentime? Ich möchte euch mal ganz kurz sagen. Oh nein. Okay, wie komme ich jetzt da rüber? Gar nicht. Da muss nur noch Huli da oben reinschmeißen bei den beiden. Als ob das funktioniert, das haben wir ja nie mal... Ne, war mal ein Banane. Das ist doch ein Stück nach rechts, nur weil da eine kleine Kuhle ist. Das heißt halt nicht, dass du da nicht reingehen kannst. Psst. Fehler, halt doch mal die Schnauze. Wir spielen beide um den Sieg. Das glaube ich jetzt irgendwie... Oh nein. Oh, Sepp. Nice! Was? Nice! Wie sind die denn an den Leuten vorbei gekommen? Oh mein Gott, das ist ja mega geil gewesen. Ja gut, ich habe keine Ahnung. Dieses Feld ist ja der Shit. Das ist scheinbar so auch noch ein. Welches Feld? Ja, warum sind die denn da vorbeigeflogen? So, ich habe es gebaut am Anfang. Was kann das denn? Das hat scharf. Oh Gott! Das hat scharf. Ah, das zerstört die Autos auch. Das war da unnachsend. Das ist elektrische Scharf. Lass mal einen Kaffee trinken. Kannst du Jay nicht einfach mit mir... AG vs. der Hausmeister. Was ein Show. Kannst du einfach einen Stahlträger quer über Jay setzen und dich oben auf den Nippel setzen? Nee, Jay muss mal ein bisschen... Ach komm. Läuft die da raus oder nicht? Wie viel Damage macht die? Ja, natürlich läuft die da raus. Übelst, übelst Damage macht die, Peter. Richtig Damage macht die. Kann ich theoretisch ihn hier rausschieben? Ja, bestimmt. Nee, das hat nicht mal ansatzweise funktioniert. Äh, kann ich auf ihn drauf stellen? Nee, ich... Was? Auf ihn drauf stellen. Geh weg! Jetzt kann er dich wegbumsen, oder? Ja, geht's jetzt, Jay. Ja, das ist... Na gut, ich hab Passer probiert. Und meiner hat sich nicht selber getötet, Peter. Hat die Idee eigentlich schon ganz witzig. Was ist das für ein fetter Stahlträger? Der ist doch ein bisschen dick. Der müsste ein bisschen größer sein, glaube ich. Kannst du da nicht einfach rechts da vorbeilaufen? Ja. Das wäre jetzt auch meine These gewesen. Nein, das klappt nicht! Was ist das denn jetzt? Jay wirft einfach seinen Sieg weg? Warte mal, ich hab... Ein Baseballschläger, oder nicht? Ja, ich hoffe, ich hab noch einen Baseballschläger. Du kommst da nicht dran vorbei. Du fasst da nicht dran vom... Nein! Nein! Du fasst dran vom... Nein! Nein! Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja auch... Scheiße, wo bin ich hergesprungen? Ich seh nicht, wo ich bin. Oh nein! Oh nein! Ja, gezet, Peter! Ja, den nehm ich dann auch, ne? Da muss ich nicht mehr lange überlegen. Also... Angie, das war aber nicht die beste Kriegsführung hier. Ja! Ja! Wenigstens... Oh Gott, ey! Wenigstens früher! Warum kommt denn trotzdem bei Peter die deutsche Nationalhymne? Vielleicht, weil ich den eingestellt hab. Okay, gehen wir mal... Ja, der Oberwurm ist von Peter. Ja, gezet, Peter! Dankeschön! Du hast den meisten Schaden auch gemacht. Deswegen hast du auch verdient gewonnen. Vielen Dank fürs Zusehen! Hau uns rein! Bis dann! Tschau! Tschüss! 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 Tschüss!